Hey meine Lieben, ich möchte euch jetzt ab und an abends mal ein bisschen was von der Musik vorstellen, an der wir seit einem Jahr im Studio in Köln mit Kaffee arbeiten. Und ich stelle euch heute mal den Song Hey vor. Das wird der Opener-Song sein, sobald wir wieder live spielen dürfen. Und er drückt genau all das aus, nämlich, dass wir euch vermissen und viel zu lange still waren. Hier also Hey! Hey, 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 es ist schön, euch hier zu sehen. Wir haben viel zu lang gewartet und Däumchen gedreht. Hey, 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 es ist noch nicht zu spät, um alle Sorgen zu verwerfen und gemeinsam im Stall zu gehen. Nach dem Regen kommt die Sonne, nach der Nacht ein neuer Tag. Dieser Abend hier soll schmecken, wie die Pizza, die du magst. Also Hey, 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 wie die Pizza, die du magst. Ja, ich habe lange über die Textzeile nachgedacht, die ich da fabriziert habe mit Soll schmecken wie die Pizza, die du magst. Aber hey, wer mich kennt und meine Instagram-Bilder, der weiß, dass Essen und Musik bei mir gleichzusetzen sind. Ich hoffe, ihr habt Bock auf das Album, wir suchen gerade noch einen Labelpartner, auch für das Duett von Chris und mir. Und wir hoffen halt tierisch drauf, euch bald irgendwann live sehen zu können. Haltet die Ohren steif.